Der Nachbau des ersten Besuchs war jetzt die Klassik in Wörde gebaut wurde. Was das andere Hotel betrifft, kann man hier beim Eingang eine Stadtmöchung in New Yorker durch einen Schriftsteller und Politiker des 19. Jahrhunderts besichtigen. Dieser Teil der Stadt heisst Libullstadt nach Imperator Libull. Die Besucher können hier geäußert in verschiedenen Stilen finden, da nach dem zweiten Weltkrieg hier wieder neu aufgebaut und bereist heisst der Orientur.